Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im Deutschkurs für Anfänger A1 in Kapitel 4 bei den Modalverben. Auf Blatt 04.1.4. Sprechen Sie mir bitte nach. Beispiel. Kinder, wollt ihr hinaus in den Garten? Bei diesem schönen Wetter dürft ihr hinaus in den Garten. Natürlich. Nummer 1. Kinder, wollt ihr heute ins Schwimmbad gehen? Bei diesem schönen Wetter dürft ihr natürlich ins Schwimmbad gehen. Nummer 2. Kinder, wollt ihr auf den Spielplatz gehen? Bei diesem schönen Wetter dürft ihr natürlich auf den Spielplatz gehen. Nummer 3. Kinder, wollt ihr draußen auf dem Hof spielen? Bei diesem schönen Wetter dürft ihr natürlich draußen auf dem Hof spielen. Nummer 4. Kinder, wollt ihr euch die Kindersendung ansehen? Diese schöne Sendung dürft ihr euch natürlich ansehen. Aber nur eine halbe Stunde. Nummer 5. Kinder, wollt ihr auf den Fußballplatz gehen und Fußball spielen? Bei diesem schönen Wetter dürft ihr natürlich auf den Fußballplatz gehen und dort Fußball spielen. Nummer 6. Kinder, wollt ihr ins Kino gehen? Gut, das ist ein schöner Film. Ihr dürft ins Kino gehen. Viel Spaß. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.